ARD Text im Auftrag von Funk Ich muss schon mal anmerken, ne? Ach da! Du bist so grün, man sieht dich nicht. Wie als Gamer, ne? Also, das ist nass. Das ist nass. Wie sagt Richie immer noch zweimal Gamescom das Duschen? Genau. Ja. Was wollen wir denn hier hin? Boah, das ist so richtig die Logik. Kein Schnee, aber Schneebäume. Kühlkühl. Ich hab hier 10.000 Kühe rumlaufen. Ja, das ist süß. Ich weiß was, warte, 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 warte. Aber kein Huhn. Das ist natürlich blöd. Da jetzt mal wieder. Ne, ich bin Superman. Das ist wirklich blöd, ja. Ich hab in drei aus neun Eiern nur einen Huhn gekriegt. Du sollst ja am Schweine nicht lachen, vor allem die leben doch noch. Ich schlacht da aber gar nix. Ich bin ja am Zwischen. Ach so. Ja. Brauchst du nur Eier? Eier, wir brauchen Eier. Ich komm mal grad zu dir, Eddy. Soll ich noch nen Sex trinken? Ja. Ich komm grad zu euch. Wo soll ich die ganzen Eier einsammeln? Was willst du denn tun? Alter, der ist eine Hüse. Na, boi, der da. Der piep übervoll. Wupp, wupp. Das ist einfach gar nix. Geben? Ja. Aja den Betten im Verbrauch wenn ich habe ich habe so gut aber das ist schon ein Kuh wie ein Schuss für Stück für Stück entwickelt also schon also am Ende der Probelechtheit aus dem Toro Wurz und wo es geht es denn jetzt aber das ist meine Lieblingsmacht Hölle Fäden jetzt kann man sich lachen wieder mal ein bisschen ein Mieter die alle tot die bewegung haben noch abgebaut und jetzt können wir sind in der Geschichte gehen Ich würde mir nicht in den Wald reingehen. Ja leck mich, fette Eddy, der zieht hier ja was auf, ey. Das ist der Hammer. What the fuck ist die? Was, was, mein Haus ist der Hammer? Du bist nicht der Hammer, doch gut. Ich bin in die Ritzerei, in die Beep reingefallen. Ach, da ist der Eddy. Hast du Eier auf Tasche? Nein, die habe ich jetzt in der Kiste unten gelassen. Warte, ich komme kurz hoch. 13 Stück sind in einer Kiste drin. Hm, gut. Kannste alle nehmen. Nein, nein, nein. Oh, das war knapp. Ich bin runtergeflogen. Ich mache eine coole Taktik. Ich hatte kein Holz, ey, kein Stein. Nup. Oder habe ich gerade etwas verwechselt? Genau. Ey! So, hier noch? Doch. Ich war fast tot. Und du, und du kümmerst dich nicht heiß direkt. Ich bin selber reingeflogen. Aber finde ich die Eier nicht, oder was? Wo hast du die Eier? Ich habe zwei. Also nicht im Keller unten, sondern in meinem Lagerraum. Ja, in deinem Lagerraum, genau. Ach, da sind sie da. Ich habe schon die eine oder andere Kiste. Wir müssen irgendwo gucken, wo, äh, wie heißt das? Ja, dein Haus, das stellt gerade alles an Häusern in den Schatten, was wir so haben. Ja, dann müssen wir gucken, ob da irgendwo ein Baum ist. Also dann... Ja, man gibt sich Mühe. Du hast doch Kies, mach mal da Kies. Ne, halt, das ist richtig. Also... Ich habe, ähm, Pflasterstein, kein Kies. Sorry. Aber hast du Eier? Moment. Hast du Eier? Oh, gerade noch so geschafft. Moment. Pack gerade hier die Hose. Ein, zwei, alle da. Ganz'n Sack voll. Dankeschön, doch. Auch hier, doch. Das müssten mehr wie zwei Hühnern geben. Ich muss rauchen. Ich muss rauchen. Mit zwei Sticks eiern, das muss schon funktionieren. Also, und ich bin die Bäumklettern. Haribo. Haribo. Falsch die sich nun... Nein, ich bin ja treu. Meine Zuschauer... Kann man Zwift, die hat aufzurauchen? Zwift, die meine Zuschauer... Zuschauer wissen es aber noch nicht. Was, dass ich aufgehört habe zu rauchen? Ja. Scheiße, wa? Ja. Ist so... Nicht informiert. Ja, ich habe aufgehört zu rauchen. Das wissen die jetzt. Ja, hier ist ja. Und seit letzter Folge auch. Und da vor der Folge, und da vor der Folge, und da vor der Folge. Da wussten wir es nicht. Uh, hallo. Doch. Wenn die dich abonniert haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf Hühner. Da wissen die es. Tauten mal. Ja, läuft doch. Ja. Ein paar Hühner rausschauen. An alle, die jetzt momentan bei jedem Video zuschauen. Wenn ihr gegen das Rauchen seid, müsst ihr Swift Master IP abonnieren. Ja, genau. Habt mich schon. Was soll ich jetzt machen? Ja. Und damit der Eddy aufhört, müsst ihr ihn abonnieren. Bei einer Million Abonnenten hört er auf. Okay, Deal. Bei einer Abonnenten, bei einer Million Abonnenten höre ich sofort das Rauchen auf. Sofort. Eine Million Abonnenten. Und alle inaktiv. Du ist wirklich, ich habe ein Problem. Ja, wieso das denn? Ich habe eine Million. Ja. Und dann alle inaktiv. Ähm. Hört sich gelohnt. Ja gut, wenn dann müssen schon Aktive sein. Ach. Naja. Ich will ja nicht, also nicht viel. Sag mal 500.000 Aktive, ja? Naja. Ja. 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 Naja. Wie willst du das kontrollieren? Genau. Wie lange braucht man jetzt, dass man sich eine Million Accounts macht? Hm. Macher rechnet das mal hoch. Ja. Bei durchschnittlich 30 Sekunden pro Account, wenn du Mails offen hast. Oh, das wäre aber cool. Ja, cool. Macher ist schon am Rechnen. Klick, 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 klick. Äh, ich habe... Eine, also das muss du mal, das muss du mal beim Verzöhren, dass du eine Million YouTube Accounts hast. Haha. Äh, das dauert gerade mal ein Jahr. Oh. Ein Jahr. Ein Jahr. Wenn du pro Minute zwei Accounts erstellst. Ohohoho. Viel Spaß, Eddie, ne? Ja, toll. Also in einem Jahr hast du eine Million Abonnenten. Cool. Danke. In einem Jahr auch weiter. Das ist doch was. Ja, du kannst schon mal dran gewöhnen. Oder eher abgewöhnen. Oder eher abgewöhnen. Nee, nee. Mein Ferrari schneller. Wollen gehen? Äh. Einfach nur in die Richtung. Einfach nur geradeaus. Alles klar. Jetzt definier ich schon mal das Baugrundstück für den Klaser. Oh, das ist ein Ineinander. Ineinander. Ach, ist das romantischer. Oh, guck mal, wir schwimmen grad vom Sonnenuntergang weg. Oh. Wo macht man denn den Klaser hin? Wo macht man denn den Klaser hin? Ich geh bei einem von uns das Boot kaputt. Stimmt. So weit hinter mir. Ja, hinter mir. Ja. Oh. 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 Oh, weg. mein haus er so wurde ein haus aufpassen das ist eine Sorgkasse das ist ja richtig geil hier das ist echt geil also das Haus wäre eben gerade noch da jetzt lass es weg jetzt lass es für immer hier bleiben äh ich hab beschlossen, ihr baut die ganzen Hälfte hier hin wir machen es einfach so, wir nehmen die Stadt und schieben sie dorthin ja ja es ist schon wieder Tag, hier ist es richtig geil äh, Zerboa ich war auch nicht im Bett, nur ich war auch nicht im Bett, nur zu was das ist ja schon eine coole Stelle hier so, dass alle ihre Häuser so an den Seiten vom Berg dran bauen, das wäre cool dann könnte man mit dem Schiff in die Mitte, äh, hat er nur Minimert äh, Sponschild äh, dennoch muss ich mir merken vielleicht bauen wir weiter einfach ein Boot ist wieder kaputt ja, man kann ja dann irgendwann, wenn mal so weit hinten, ein Feriendorf machen ja, genau, wir machen ein Feriendorf für unsere Abonnenten wir kommen dann noch Urlaub immer so, ja, Urlaub im Micron ah, weiter, rechts, warte, dann hätten wir ein Gewinnspiel oh ja können wir echt mal machen, irgendwann mal äh, irgendwann mal Hilfe was ist? auffassen, du fährst dagegen aaaaaaah es könnte man mehr lassen Major, suchst du was Bestimmtes? hab ich gefunden hast du gefunden, okay oh, weiter nach rechts, wir müssen weiter nach rechts es macht besser aus als beim Rest ich hab mal eigentlich Glaser rein da ne, da ist ein Sackgasse ne ist es nicht, komm oh du muss ich umdrehen der muss ich gut fahren oh 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 kaputt Kaputt. Komm, wir gehen an Land weiter. Okay, warte ich. Oh, hä, lol, kaputt. Auch kaputt. Und der Dorf hat hier einen angehenden Glaser. Wenn einer Glas braucht, da wird Glas dann zu finden sein. Es sind zwei angehende Segelmenschen. Genau, wir machen Yacht Club auf. Wir sind Erkunder, wir erkunden alles. Genau. Wir erkunden gerade Wunschung. Wo bist du? Wieso haben wir eigentlich keine Maps mitgenommen? Das ist nämlich sehr traurig. Keine Ahnung. Wir sind jetzt schon so weit gefahren. Frank Swift nimmt noch die Koordinaten. Wir können Koordinaten finden. Koordinaten lesen. Lesen statt dutch. Das kann nichts. Nichts. Wir benötigen Lilianien. Lilianien? Ja, genau. Cool. Ich bin noch Barom und du nicht. Also ich überrechte es. Ich überrechte es. Ich auch nicht. Alter, wir sind schön. Aber ich denke, ich bin noch so ein paar. Wir müssen wieder auf den Barom. Wir sind Barom-Arkunde. Ich bin noch Marom. Ich ne. Ich ne. Jetzt geht dir das in der Folge nie mehr aus oder was? Das ist aber auch ein bisschen eine Chance. Was? Ich würde meine Zuschauer nur ein bisschen das Dorf sagen. Aber ich denke, dass wir... Oh, in vier Minuten haben wir eine Stunde voll. Was? Und wir sind hier ganz am Arsch der Welt. Wir haben noch zwei Minuten. Drei. Ja, eben. Zwei Minuten. Egal. Zwei Minuten weitergucken. Nööööööööööööööööööööööööööööö. Ich wäre ja... Ich bin... Ich wäre ja nicht mal abgeneigt, wenn wir noch eine Viertelstündchen anhängen. Einfach nur, damit keiner einen Stress hat. Oh, ich hab noch 20 Pätschen. Also, ich hab nichts dagegen eigentlich. Okay. Gut. Ja, passt. Dann machen wir noch Viertelstündchen länger. Dann haben wir was davon. Ja, genau. Genau. Hier gibt's auch keine Linie. Vor allem bin ich gerade... Ich bin gerade so extrem kreativ. Das ist Wahnsinn. Das ist geil. Ich bin gerade schon mal das Lager am Abstecken. Ja, dann... Dann müssen wir nämlich weiter weg... Wir laufen grad wieder zurück. Nene, wir laufen nicht zurück. Eigentlich müssen wir genau so geradeaus... Das war die Richtung. Oh! Oh, knapp knapp. Haben wir das Lager? Okay, wir benötigen ein weiteres Brot. Eh Boot. Brot? Brot? Ihr macht euren Segelschein auf nem Brot. Ja, ja... Mensch, wie sind Sie dafür freiwillig gemeldet? also vorwärts nein wir fahren schon richtig wir sind von genau hinter uns also wir sind während dem banner nach links gelaufen ist ein bisschen einfach geradeaus jetzt sag nochmal geradeaus die treppenstufen weg von der bäckerei die haben hier gar nichts zu suchen das sind die erkundefolgen aber was für ein ich habe von dem lack nichts gemerkt sammelt Zeug ein und bis ich wieder an der Tret bin bleibt ihr offen hier waren wir nicht hier schon in der Ozean ist immer gleich hey warte mal Zabor bleibt mir stehen ist da etwa Luft und Wasser Luft im kopf ist nicht luft im wasser bei mir ist nur wasser da unten da ist ja auch sieht dass hier ein lager hinkommt hier ist luft im kopf oh Digga hier kann man atmen ach was oh du Gott das muss ich auch sehen wo bist du hier unten hier hinten hier hinten hinten ich bin hier im Wasser hinter dir hinter dir hinter dir das ist ein viereckiger Block im Wasser das ist geil und ich geh wieder hoch wir können überall hingucken unsere Boote schwimmen uns weg wir müssen hin ich bin im Boot habt ihr die nicht angeboten du bist gar nicht im Boot hör auf zu lügen hier ist mein Boot im Boot ist die dieke Anna ich bin in der ich bin auch mein Boot mein das Boot hängt bei mir in der Luft bei mir bei mir ist da ah jetzt 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 wird es aufgedrückt Hauptsache keine Macht im Drogen nicht ja man darf ihn nur so da müssen wir lang bei uns minecraftern ist das so